Wenn ich das zu Hause mache, wo meine Eltern anwesend sind und das hören, dann lebe ich nicht mehr hier und bin in einer Knapse und bekomme Schläge von meinem Vater per Brief gesendet. Ich mach den Brief auf und dann kommt da eine Faust raus, die mich jeden Tag in den Arsch wistet und mich kaputt schlägt. Es gestopptet sein Wegführer, heil! Oh, okay, für Computer! Du sagst, du bist nicht mehr Computer. Das ist das Fernsehen. Ich bin jetzt.